Was geht ab? Willkommen zurück auf dem Kanal von der Cresinius und zu dem angekündigten Spielchen, was ich mit dem Commander machen wollte und werde. Und zwar habe ich jetzt mein Pack, was ich gezogen habe, in ein Team verpackt, was jetzt BWVA hat sich da herausgestellt. Hier, guck mal noch, das letzte Trikot von Barcelona in der letzten Saison. Ja super, du hast auch mal richtig hässlich. Und der Krieger hat sich jetzt so gedacht, komm, ich schau mal, was ich hier auch an BWVA... Ach nee, erst noch. Machst du ein Spiel an wertungstechnischer Hinsicht am besten einen Hingriff? Genau, also ich bin nur nach Wertung gegangen. Nehma Inform sitzt auf der Bank. Er ist auch ein Lappen. Also hier, der Crescielny finde ich aber ein bisschen peinlich. Crescielny habe ich nur drin, wegen der Chemie. Normalerweise war da erst Thiago Silva. Der, super. Drückmann als ihre Kommentator. Drückmann einen hören lassen hier. Pah, Junge! So. So. Ah, okay, jetzt wechselt er gleich wieder und bringt da den... Ne, ich hab rot-rot. Ach so. Hast du das nicht? Ne, hatte ich nicht. Ne, ich hab rot-rote Trikots. Ja, krieg ich erst mal direkt hier schönen Kohle. Ragegut von der Commander? Nein. Äh, so wollen wir das ja nicht. Abbruch, Rodifikator. Besten Dank. Stück hast du ihn weggenommen, aber du hast einen Schuss aufs Tor. Super. Super. Ohne Scheiß, das ist doch Kacke. Kurioserweise, hattest du das bisher schon mal? Gegen FIFA, oder Testix. Okay. Also gegen, äh, wie heißt denn der jetzt? Was? Ne, die haben ja neue FIFA Goals United. Ach, wie heißt denn der neue Kanal jetzt von denen? Ich mein, FIFA Goals United war das jetzt. Guck mal. Ich hab die eingeladen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, so ein Abbruchmodifikator ist ja mal lecker. Das ist ja schön. Immer das andere Trikot. Was ist das hier? Wie geil ist das denn, das will ich haben? Das willst du haben? Ja. Geil, ne? Ich bin das auch sehr sexy. Und wir müssen das, weißt du was? Das hatte ich, äh, das ist ein Bronze-Trikot. Das ist, hatte ich in meinem, kann ich dir am Ende sagen. Geil, das find ich cool. Die Farbe ist so dieses Schangierende, oder? Ja, ist ein Perleffekt. Kostet. Kannst du direkt bei mir kaufen? Ne, kannst du noch nichtmals kaufen, weil ich kann es nicht anbieten, weil ich das in dem ersten Pack hatte. Da ist ja, kann man ja nicht auf dem Transfermarkt anbieten, die Scheiße. Auch sehr schön hier im Zentralen Mittelfeld, Silver und Van Persie. Ja, wegen der Chemie. Ja. Aber ohne Flachs, ich hab eben das Team zusammengebastelt und ich hatte nicht, äh, äh, Silver da, sondern Neymar noch. Und, äh, ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Was sind die hässlich, deine Trikots? Geil, ne? Ja, jedes Jahr auch mehr, also, so, immer ist das Palermo, oder? Ich weiß gar nicht, weil es ist auf jeden Fall mega nett. Ja, leichte Abstimmungsprobleme hinten bei mir, aber, immer noch weitere Abstimmungsprobleme hinten bei mir, aber, wie geht es da? Klare Entscheidung, Ecke, Ecke vom Luca Moritz, auf den Benze, auf den Benze. Ja, leichte Abstimmungsprobleme wieder. Das werden wir auch häufiger hören heute. Ja, Falkau, komm, da musst du mal ein bisschen verteidigen. Und oben steht er! Das war ein Foul, Schiri. Ach, ein Foul. Natürlich. Oh, leichte Abstimmungsprobleme. Dann, Chef. Hä? Ja, hey, rückpass, Schiri. Also... Nein, das war kein Rückpass. Nein, war ein... Nein, natürlich nicht, ja. Bei meinen Abstimmungsproblemen ist das, äh, Unvermögen. Schlenz? Oh. Den hat er ganz, ganz sicher unter Kontrollen. Wer hat's denn da? Wahrscheinlich bei Lissl nicht. Vielleicht hat er gesehen, das geht gut, oder so. Ja, hier, Brun, Kalsa. Ja, die Freibowitsch, äh. Das Zöpfchen hier, Alpaka, das passt auch in diesen hässlichen Trikots, äh. Ja, ne? Gleich ein Pfeilrückzieher reindrückt, erst recht. Ey, du, ich hab ja kein England-Team hier. Ach, schlusschluss. Ach, schlusschluss. Oh, schlusschluss. Oh, schlusschluss. Oh, schlusschluss. Wie der jetzt? Mit Leichtathletikanlagen. Ja. Der Bau befindet sich... Wollte ich... Wollte ich illegal... La Bomba wie... Robin, Junge, hat ein Auge auf dem Van Persi, auf den schnellen Van Persi. Das ist so langsame. Das ist, äh, direkt abstoßen, ne? Nein, Van Persi ist geil. Da oben ist er frei, der Sanchez. Ach, ist er nicht falsch. Ja, ja. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Hat er gesehen, hat er ihn durchgelassen. So, jetzt mal hier, holen Aufbau, auf dem Van Persi. Oh, Van Persi, Junge, du bist gleich raus, da kommt der Nehmer rein. Höne Kittira. Ah, kacke. Palm, Junge. Ich kann kaum mal laufen. Und wie hat der denn gesprungen, ey? Ja, ach, schu, genau. Gib dem da erstmal ne Bugfeilchen. Alles regelkonform hier. Oh, das war echt hart. Wenn du 0, weil hier, was heißt 0, 79 Chemie hast. Oh, da kommen wir schon die Ausreden hier, ey. Juhu. Ja, guck mal hier. Nein. Bist du hässlich, Modric, ey. Oh, Junge. Ist das ein... Hab ich. Ja, du hässliches Kind, du. Modric schon wieder, ey. Oh, Magüero. Lauf, Junge, lauf. Zieh, Junge, zieh. Agüero. Hugo Mallow, ey. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ach, gefährlich, ey. Da muss ein Wechsel her, Junge. Da muss der Van Persie raus, Junge. Der wird sein. Hat der schon mal einen Ball gehabt? Ja, 13 Mal vor Tendel, die Scheiße. So, Van Persie, verpiss dich. So, wen haben wir denn da? Basti, Schweini. Ach, hier, Neymar. Der kann, habe ich, glaube ich, gehört. So, Silva, rüber. Ruby ist gut. Neymar geht da hin. So, ey. Stellst du uns Robben jetzt in der Mitte, oder? Nein, Robben bleibt außen. Robben und Ribery bleiben da. Trip und Drop. Pam, Pam. Elfmeter genau. Genau, Elfmeter. Haben sich deine rosafarbenen Tucken da wieder fallen lassen, ey. Aber nehmen wir. Schützen wechseln. Den haben wir denn hier. Ibracadabra. Wir sind sehr unentschlossen. Ribiko. Und jetzt kommt der Freistoß. Ach, keine Gefahr. Ah, das war schon so. Ja, aber bei der Entfernung, da sind wir uns einig, Manni, den muss er natürlich auch locker aufnehmen. Der stark. Auf den Sanchez. Der hat er. Schuss. Nein, das gibt es nicht. Ja, und wer geht die Scheiße jetzt holen? Deine Mutter. Ne. Boah, da hinten. Sitz, aber ganz, ganz knapp. Voll schon frei. Geht das Ding vorbei. Ah, ja. Ah, ja. So sieht es der Trainer gern. Ah, ja, wir brauchen Eier. Das wusste ich schon einst, der Olli Kahn. Ja, super. Ah, ja, sehr stark, wenn wir den Hochkrieg kriegt, weil... Ich hätte den Hochkrieg hat, mit der rechten Hand, nehme ich mal an. So. Falkau, sicher. Guck mal, wie soll ich denn anders laufen? Attackieren. Bin die ganze Zeit im Attacke-Modus. Abiletsch. Keine Fehler. Tschech. Äh. Na gut. Oh. Ja. Da sieht man leichte Abstimmungsschwierigkeiten. Da hat man heute noch keine. Ah, die Abwehr ist Bombe, Junge. Lange Pfund. Auf Nuis. Auf Nuis. Ist ja alle hinten am Bunkern. Weg da. Stark rum. Ach, äh, Falkau. Es ist bisher nicht was für die Freunde des gepflegten Fußballs. Ja, wie denn auch. Super, Falkau. Das ist und direkt abgestoßen. Ich will das nicht. Ich sehe hier nicht bei den Solutions. Boah, was der schon alles weggeprügelt hat. Der boxt da auch. Ah, und Schuhe noch frei. Da habe ich hier einen, der schießen kann. Ja, erstmal einen Schritt nach vorne gehen. Der Modric, der, ja genau. Da muss ja nur lang genug warten. Boah, krass. Also ich finde Freistöße wesentlich schwieriger bei FIFA. Ja, ich habe jetzt auch nicht sehr, also sehr kurz gedrückt. Kopfball. Ah. Voll Lotto. Pam. Baduz, ne? Ne, war Pam. Das stört mich ja ein bisschen beim Tschech, muss ich ja ehrlich zugeben. Dass der keine weiten Abschlüsse kann. Und da diese gekrämpfte Scheiße da, ne? Das ist, ne. Oh, wie die Tjoe, was der für ein Auge hat auf dem Freien. Ja, der Modric stand sowas von frei. Herr Schiri, da kann man jetzt aber, da muss ich nicht sein hier. Oh. Robin, der hat einen Schlempf, sagt er. Das hat er schön gemacht. Weitschüsse, das sind seine Spezialitäten. Und wenn sie ihn so zum Schuss kommen lassen, dann trifft er auch irgendwas. Nein. Bibi, der hat einen Schlempf. Ja, und du sollst ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Mann. Ja, wie willst du denn aus dieser Entfernung... Herr mit der Kirsche, Herr mit der Kirsche, stark. Über Ball besitzen. Spielfilm wollte ich gerade sagen. Spielfilm, erließt die Situation und schnappt sich der Schlempf. Stark, Junge. Er ist ein Nehmer, typischer klassischer Verteidiger. Ja, ich glaube auch, hat man bisher immer falsch eingeschätzt. Lieben. Die ganzen Trainer haben gar keine Ahnung, ob man ihn richtig einsetzt. Hier, Ibra, Ibra, Ibra. Fick dich. Ist ja langsam der Gute, ne? Du, du, du bist hier. Oh, nee, nicht wie, nicht wie, nicht wie, nicht wie, ich bin auch mal hinten zur, ist mein Backup. Da kommt er nicht durch. Da kommt er nicht durch. Ich wollte nach unten spielen, aber der Spaß, der unten ist nicht mitgelaufen. Das war toll. 0-0. Ich habe nicht gedacht, dass ich das halten kann. Einmal Alu getroffen, ansonsten. In Afrika würden Sie sagen, da liegt ein Voodoo-Zauber über dem Tor. In Afrika würden Sie sagen, da liegt ein Voodoo-Zauber über dem Tor, ja. Und das ist der Mittelabstoß zu Beginn von der Abseits. Also den hätte er auch mit verbundenen Augen abgewählt. Da kommen drei Finkel auf einmal an, wie so ein... Macht mir ein bisschen Angst hier. Da muss ich erstmal in der Not hier klären, ey. PAM! PAM im Abseits, ey. Da schenkt er sich erstmal hinten. Hat eine Mütze auf der Täch. Boah, Schiri, das muss aber auch nicht sein hier, dass er da so... Na, Grinsen, ey. Grinsen? Wie geht denn, ey? Warpolos. Warpolos? Nein. Der Ribi ist natürlich jetzt nicht mal so langsam, aber... Aaaaaaah! Wer war das? Welches hässliche Kind hat Ribi überholt? Zu Unrecht übrigens. Wo ist Sanchez? Ey, weil bisher... Ey! Hallo, erstmal zurück! Aaaaaah! Ey, Schiri! Genau. Das ist doch kein Foul, das ist eine gelbe ist, das würde ich mal sagen, Schiri hier, ne? Achter Schiri, der verpfeift das Ganze hier gerade, ey, der... Da auch schon wieder Schiri, hallo? So langsam, der Schwasti, ey. Ica Muni. Stark, der Luca. Ah, Hugo Malo war das übrigens eben. Mir ist alles egal. Hugo Malo. Nein, 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 nein. Jawohl, Benzel. Dann kann man mal hier, zack. Ja. Erstmal die Trikots dir angucken. Ja, wir kennen ihn doch. Er steht dort immer, wo er stehen muss. Erlösende 1 zu 0. Das ist mal wieder... Neh, mal, er kann auch mal... Ich abdringen. Ja, genau, vom eigenen... Von meinem Spieler kommt der Ball da hin, ey. Stark. Ja, wieder von meinem Spieler. Oh, oh. Da geht! Habe ich? Egal. Nein! Warum nicht? Warum ist das nicht, das Tor? Ja, genau. Oh, schön. Schiri. Er versucht's mit einer Grätsche. Ach so, ja. Ist klar, Junge. PAM! Ach. Der Tschech ist eine Bombe. Abschlag wie ein Spacko, aber Bombe im Tor, ey. Das ist ein bisschen schnell, hier. Lauf, Junge, Hugo. Da. Ficken, da schubst er mich. Da schubst er mich. Pardums. Ja, so. Natürlich auch stark. Hat keine Gefahr. Der Mieter. Das ist gefährlich. Tor-Schon, das ist mir nicht jetzt. Jetzt müsste er angespielt werden. Da ist er wieder mal. Ich bin ein bisschen, der Schuh, der Schuh, der Schuh, der Schuh, der Schuh. Er war großartig. Ja. Leichte Abstimmungsprobleme. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er ließ die Situation und schnappt sich das Spiel. Alles ein Soll. 200 Puls hier. Nein! Glänz! Nein! Du hast schon gedacht, der geht rein, ne? Tschechos Bombastikus, ey. Modric, hau, die Bälle aber auch hier immer... Das muss nicht sein, wie der da rumhackt. Alles nach vorne jetzt hier. Alles. Du kennst das doch, in jedem Spiel ist Hackvolk unterwegs. Ja, aber ich muss das gleich nochmal wechseln. Brauchst du vielleicht gar nicht mehr. Man, wenn sie, du... Vollhorst, ey. Dann muss ich nochmal wechseln. Was haben wir denn hier noch? LaVetsi in Form. Können wir mal hier hinpacken. Und der Cavani! Komm, Cavani machen wir so. So, glaube ich, ist das ganz geil. Bestimmt. Jetzt aber ein kübel Ironie. Ein Wunder! Ein Wunder! Ja, hallo, er kommt nicht so weit. Er darf auch mal gerne mal Meter übertreten. Oh, oh. Tschech, komm raus. Geh, 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 geh. Ja, genau. Das ist nur Rückpass, was der gemacht hat. Das war kein Rückpass. Das war... Doof halt, ja. Das war Doof halt. Und beide Mannschaften haben noch Chancen, jetzt drücken sie. So, jetzt drücken sie. Der Tschech, Junge, Biest, ey. Mann, ey, ich muss doch das zweite Tor machen hier. Tschüss. Sonst weiß ich wieder, was passiert, ey. Ne, hier, der Luca, der Luca. Man verkauft Marjimovic, wechselt er aus, weil er es kann. Weil er noch Platz hat für... Nein! Wer hat's gemacht? Wer hat's gemacht? Da, boah, Tätigkeit. Rot und Sperre. Da wird ja doch nochmal ein Torschuss aufs Torhalser. Komm, da sind Sie, Wetzmer. Oh. Stark. Oh, nein. Schöner Kopfballer. Ja, schöne Parade. Wieso hat der elf Paraden, meiner? Alter. Der war schon knapper, ey. Witz hoch. Und die Kamera reichen nicht. Ein sehr guter Versuch. Ich muss aufpassen, jetzt kommt die Druckmelle. Naja, ich hab ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Und den Ball verlieren. Und aber er kann immer noch wetzen. Ach komm, Schiri. Da kann man nochmal Vorteil laufen lassen. Es gibt jetzt schon mal eine angekündigte Revanche. Mit dem selben Team? Nee. Wieso wusste ich das? Nee. 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 Das ist ein gefährdeter Sieg. Direkt erstes Spiel, erster Sieg. Ja, 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 ja. Peter Tschech, 9,7. Ich fand die Aufstellung gar nicht mal schlecht. 3, 4, 2, 1 oder was? 3, 4, 2, 1. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ohne Witz. Also da wird jetzt direkt mal hier rumgesnubbelt. Mal gucken, was ich mir da für einen Zucker zusammenbasteln kann. Ja, und wie Zucker das dann sein wird, das werden wir dann im nächsten Spielchen sehen. Aber hallo. Aber hallo. Äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, ich habe das erste Spiel gewonnen. Schauen wir mal, wie das nächste ausgeht. Mhm. Tschüss. Tschüss. Äh.